Was geht? Was geht? Die Befeusche! Was geht? Ja, ich glaube... Sie haben uns gehört. Sie haben uns geholfen. Sie können sie schützen, aber Sie können sie die Zerbewerse schützen. Sie können sie! Sie können sie die Zerbewerse schützen! Ich glaube, ich wirklich... Sie. Sie dürfen nicht die Zerbewerse schützen... Sie müssen sie essen. Sie müssen sie nicht! Sie müssen sie die Zerbewerse schützen! Sie müssen sie zuverwerfen! Was ist das? Was ist das? Stop! Bitte helfen! Oh mein Junge, mein Junge. Aber das Wasser ist sehr schön animiert, ne? Guck dir mal die Wellen an. Schick. Ich glaube, ich habe gerade einen Seehund gehört. Das Geräusch. Ach du. Oh mein Junge. Etwas, sie schief haben. Sie haben es nicht mehr. Sie haben versucht, sie waren schade. Sie waren Angst, aber... Ich bin. Sie können sie finden. Sie brauchen sie. Sie müssen sie finden. Sie können sie finden. alter sieht das aus wow das ist der wahnsinn oder mir also ich bin ja so eine grafik ich muss da ja immer gucken ich gucke dir allein mal den boden an also wenn das kein unreal engine 5 ist aber dann war sie ja auch nicht das sieht ja krass aus hat eine frau die schlagen genau das tut man gegen eisenmangel ich habe ein schwert jetzt muss ich gerade mal gucken x schnell angriff y schwerer angriff rb blocken parieren ausweichen so ziemlich die übliche kampfsteuerung kumale der nebel und das licht im nebel komm doch komm doch dazu so ich bin immer bereit da habe ich noch einen bruder sieht aus wie kathos nun fängst du löst jetzt vor allem sie 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 das ist doch nicht meine schuld Oh Ja dann lass mich So Es war bestimmt schwer denn an den Haaren festzuhalten So Nix von wegen get out of the ways Wenn es so dunkel ist sagt bescheid ne Also ich finde es schon sehr dunkel Aber Ein bisschen muss es ja auch so sein ne Ja veräppelt Du wirst nicht wissen Sie wirst nie wissen Was passiert Idiot Jetzt komm ich wieder raus Ah Wir haben es zu früh Wir haben es zu früh Aber du hast es geschafft Nein Es gibt es voiced Ja Nein Ja We are not a sparger. No! We are just right. Oh God! Wir sind die gotta gehen! Nur, nur die wohl! Nur, nur die wohl! Nur, nur die wohl! Dann nicht mehr. Fix nur das Leben. Ich werde dich. Ich werde dich. Sie ist also her. Wie sind wir? Was ist das Preezy, Alter? Das ist schlecht, das kann ich tun. Was ist das Preezy, Alter? Das kann ich nicht so gut sein. Oh. Wo ist das Schwert? Lady? Ah. It's getting hot in here. So take off all your clothes. Shuttle. Oh, kein scharfes Messer denn. Oh, 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 oh. What, what, what. Oh, war gut. Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe, aber... Oh, okay. Wait. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Und schlägt keine Frau. So. War das X? Ja. Genau. Okay. Okay. wenn das schwert silber blitzt beim auf mich schlagen dann reicht parrieren oder blocken in dem fall und wenn es rot ist dann muss ich wohl ausweichen das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht aber man lernt ja dazu das ist nicht das ist nicht ja 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 lady lady Eine, meine, eine Bier getrunken. Klappau. Alles klar zu weiß. Dann hau rein und trinken hast du recht. Mhm. Danke fürs Vorbeischauen. So, ab geht er. Hey. Okay, das wäre so ein Ausweichmoment gewesen. Au, au, au. Das war ein Pfeffer. Nein. Nein. Er ist am Ende vom Spiel. Ah, jetzt habe ich mal im richtigen Moment gedrückt zum Parieren. Oh, ja, ein Rote. Okay. Ich muss mich dran gewöhnen. Oh, come on. Wow. Aha. Sieht das geil aus. Leute, ist euch das bewusst? Guck mal dahin. Das ist doch krass. Hat er mich ausgetrickt so eben. Oh, eh. Oh, eh. Get up. Don't be a coward. You had to fight to fight. It's you. You're doing something. Move. Move. You ready to fight. Grab it. Cool. Axe ist cool. Ja. Hacke, Peter. Komm, komm, du's. Do it. Oh, er hat auch hier, the darkness am Hals. Was ich erzählt habe aus Teil 1 am Arm von ihr. Hm. But you need him. You need him to show you. He knows everything. He knows the side. No. He knows. He can show you the path. You're gonna take me where I need to go. Yes. Yes. God. He will take you, he will show you. He has to. You help him. You have spared him and now he will take you where you need to go. You can do this. Hm. Schauen wir mal. Where you come from. Sonst gibt's uns oft die 12. Where you take the slaves. I can't walk. How do you expect me to take you anywhere? His pain doesn't matter. Make him walk. You'll walk. She has to save them. You have to. There is no other way. Why? It's why we have come here. I'm not leaving until I get what I came for. You made a promise. She made a promise. You promised. I made a promise. Wow. She can't it. Nur so. Zusammenfass. Wow. She knew the water would open to her. A blood carved stave. A soul sea falling. A too familiar darkness. An endless night. He is the next sign. Jesus. You can see it. You can see it. You can see it. Do you remember it? She knew it was that suffering. That feeling. I was too much. She was the idea of a spider's mind with fear. This is the end of the day. Is that what you see? I'm thinking of a spider's mind with fear. The darkness. She feels it. The face of fear and suffering. Oh my foot. Do you see it? Look at it. You can see it. The darkness. The face of fear and suffering. You can see it. Ah, there is a sign. Was ist? You need to understand. You need to understand. Answer. It is my father, Sigil. His father? I'm your father. The Gothi. The Monster. He's here. Ha, ha, ha. Look at him. No. But this place is his. The people here are weak. They would not survive without his help. You have to. Like you. Does she? Enough. Okay, I keep my eyes on him. Und dann, ich würde da gerne ein bisschen gucken, nach Blut, falls es sowas gibt. Oh, das ist schön, ne? Szene. Ja, ich sollte mir wirklich nicht vertrauen. So quiet. No further. Something's wrong. What happened to him? It smells like death. He doesn't want to. Settlement has fallen to the Duragor. Duragor. There is nothing but death beyond his gates. I don't want to see what's in there. Did you hear it? Did you hear it? Don't listen. Someone is suffering. You need to go inside. You need to help them. Someone needs your help. Help us. You want to join them? You came here to help. Let's go. Listen to yourself. What is beyond there is too dark. We are leaving. Now. Don't give me orders, Slaver. We'll find another way in. We need to find them move quickly. I will take you to my people. Like I said. Not into this settlement. You have no idea what you're walking into. He wants you to die. Just turn around. No, we can't leave. Every little now and then. Don't tell him you hear things. He wouldn't understand. I can't. Damn you. Why won't you listen to reason? I thought your father protected these people. He does. He did. You can't protect people from their own stupidity. It looks like they let their guard down. They brought this on themselves. What are they? What is this evil he understands that we do not? Troika. Look there. Can you see? Will doch nicht nötig sein. Ich habe vor zu überleben. You haven't honoured these graves. What happened? I told you. Droiger. Droiger. Who are they? They almost just kill you. Are they from this world or another world? It is far worse. It is what they do after. They will kill you. They will kill us. You still have a chance to save your life. If you stop now. You must trust yourself. Listen to your own mind. Is it my life you try to save? He is scared. Why? Why is he scared? Ob das auf der Konsolen... Konsole genauso aussieht? Are you sure you want to? She has to be with you. It will be a burden to you. But what have you escaped? What are you going to do so well? What are you going to do? Decide. Decide. Eh? Close it big time to watch it again. Thanks Hope. Instagram Amadiria. com Remember? Good times. Bye. 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 Vielen Dank.